Ein Koch lässt aus einer Mahlzeit eine Köstlichkeit entstehen. Seine Sinne sind dabei immer im Einsatz. Dies verbindet Köche überall auf der Welt. Stellen Sie sich vor, auch Ihr Kochsystem hätte fünf Sinne. Das Self-Cooking Center Five Senses fühlt, erkennt, denkt, lernt und verständigt sich sogar mit Ihnen. Es fühlt die aktuellen Garraumbedingungen und die Konsistenz der Lebensmittel. Es erkennt die Größe, die Beschickungsmenge sowie den Produktzustand und errechnet die Bräunung. Es denkt mit und voraus und ermittelt den idealen Kochpfad zu Ihrem Wunschergebnis erst während des Kochens. Es lernt, welche Kochgewohnheiten Sie bevorzugen und setzt diese um. Es verständigt sich mit Ihnen und zeigt Ihnen an, was Ihr rational gerade macht, um Ihre Vorgaben umzusetzen. Gemeinsam mit Ihnen erreicht das Self-Cooking Center Five Senses Ihr persönliches Wunschergebnis. Denn am Ende zählt nur eins. Der zufriedene Gast. Der zufriedene Gast. Der zufriedene Gast. Untertitelung des ZDF, 2020 Das neue Self-Cooking Center Five Senses